moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen afk solo spot zeigen auf firebase set mit dem unendlich gift pflanzen glitch so was ihr dafür braucht ist als aller erstes mal euren etha schleier auf stufe 3 leute und den füllt ihr dann erst mal auf so dass sie eine ladung hat wenn ihr dann eine ladung habt leute dann geht ihr hin zum feld lazarett und ständig dorthin wo ich mich hinstelle hier an diese ecke dann schaut ihr nach draußen zum fenster und aktiviert euren etha schleier wenn ihr das nun macht dann seid ihr draußen jetzt drückt einmal auf options auf klasse wechseln und nimmt eine klasse wo ihr gift pflanze habt nun müsst ihr eure gift pflanze auffüllen wie ihr das ganze hier macht ist ganz easy stellt euch hierhin wo ich mich hinstelle dann versammeln sich nämlich alle zombies vor euch leute da wartet ihr so bis ein haufen zombies vor euch sind und danach lauft ihr um die ecke ich zeig euch das mal also leute ich steht hier vor guckt auf der karte wenn genug zombies vor euch sind dann geht ihr hier wieder an die seite schaut aus dem fenster und tötet die zombies und könnt so eure pflanze dann auffüllen wenn ihr eure pflanze dann voll habt dann stellt ihr euch wieder an dem spot und wartet bis die ganzen zombies einer runde sich vor euch versammelt haben das kann ein bisschen dauern aber ihr wartet bis alle zombies da sind das seht ihr dann an der karte an den roten punkten wenn dann alle zombies vor euch sind aktiviert ihr eure pflanze es kann sein dass das schild ist nicht möglich dann geht einfach so ein bisschen zur seite und versucht es einfach noch einmal und dann wenn ihr eure pflanze richtig platziert habt so wie ich dann sterben alle zombies jedoch wird eure pflanze nicht die spawnen diese pflanze bleibt jetzt die ganze zeit dort leute dieser glitch ist auf jeden fall sehr sehr einfach und den sollte wirklich jeder hinbekommen und ja das war es dann auch mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen leute falls ja lasst doch ein leichter schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gern ändern ansonsten bis zum nächsten stream oder bis zum nächsten video leute ciao